So, auf geht's Leute, oh der Townskin der ist doch schon wieder hier, so jetzt müssen wir kurz überlegen, wir spielen gegen Malfight, rein theoretisch könnten wir Malfight töten. Leute, ich glaube wir machen das folgenderweise, wir spielen mal, ähm, wir spielen das mal folgenderweise und zwar, boah ich glaube das ist, eigentlich fange ich immer mit dem Schwert an, immer. Ich habe jetzt aber schon Teleport mitgenommen, ich gehe einfach mal davon aus, dass wir ihn nicht töten. Boah, das ist schon harsch, muss ich sagen, aber wir probieren es einfach mal, wir werden einfach der Impact, wir fahren, wir werden so unglaublich viel auf der Topline fahren, unglaublich viel fahren und, also, ne, und dann werden wir einfach roam, roam, also, okay, wir werden viel fahren, aber natürlich nicht alles, weil wir gleichzeitig auch viel roamen und teleportieren werden, das ist der Plan. Kann ich eigentlich, wenn ich im richtigen Moment Q drücke, mit Malfight zur Botland teleportiermäßig mitfliegen, meint ihr, das geht? Das wäre insane, dass ich so von hier oben mit runterfliege, meint ihr, das geht? Ich glaube nicht, ich habe es noch nie gesehen. So, kein Conquer auf der Top, ne. Hä, was für Conquer, Leute, wir, unsere Ziele sind hier, für die brauchen wir kein Conquer. So, also, unser Ziel ist auf jeden Fall erstmal farmen. Farmen, 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 farmen. Ne, richtig schön, die Minions, wir könnten ja gucken, ob wir Malfight ein bisschen präsurieren könnten, aber Malfight ist, ne, guck, Dolan's Shield, die ist das, wir haben einfach richtig schön. Richtig schön lecker Schmecker. Fred, ah, ich hab, oh, das war schon knapp. Ich wollte Q drücken, dabei, ne, hab ich ja weh. Wie ist das? Ne, weil ich, ich stelle eine These auf. Ähm, klar, Hater würden jetzt sagen, so, ähm, du intest doch, aber ich sage, wer farmt, gewinnt. Ist harsch, ja, absolut, aber. Ist ja auch nur eine These, ne, ist ja noch nicht bewiesen, Wissenschaftler, Wissenschaften da noch dran. Wir können aber auch, jetzt, guck mal, jetzt weiß er gar nicht, dass wir ihn traden, und jetzt traden wir ihn einfach. Ne, er geht, guck mal hier, der kriegt auch der Mensch, der Woll. Ist ja jetzt nicht so. Ich glaube, wir hätten ihn sogar killen können mit Ignite, by the way. Also, ja, hätten wir. Aber wir haben alle Minions. Wie viele haben wir, Leute? Kann das wer sagen? Alle? Ah, wir haben alle Minions, schön. Hier ist ein What. Er hat aber auch Dolans Shield, halt, ne. Das heißt, je mehr er aufs Maul bekommt, aber er kriegt Barry aufs Maul. Aber wir müssen uns eher auf die Minions fokussieren, die sind mehr wichtiger. Ein Kill ist halt nur dann ein Kill, wenn es ein Kill ist. Aber Minions sind Minions. Oh, Mann, er inted doch. Das war tatsächlich eine Profit-Profit-Worth-Worth-Situation. Wir haben alle Minions, alle, tatsächlich, wie viel haben wir? Alle? Oder haben wir einen verpasst? Es kann sein, dass wir einen, ja. Hat man nicht nochmal alleweite 19? Äh, ich weiß es nicht. Wir haben, wir haben mit Flask, mit Teleport, während wir alle Minions farmen, einen Kill gemacht. Also, das ist tatsächlich die Worth-Worth-Situation. Also, 24 klingt, als hätten wir alle. Das sieht sehr gut aus. Schoppy, schoppy. Man könnte sagen, dass ich Smurf'e. Tue ich aber nicht. Also, nicht direkt. So. Ähm. Sweater. Und Schuhe, weil wir sind ja, äh, Presence Lord. Hier werden wir jetzt ein paar Minions verlieren. Gut, aber das ist halt, ne. Wir wollen ja auch nur as much as. Ich könnte Teleport, aber hier ist kein What. Sieht aber verrückt aus, was sie da machen. Okay, wir teleportieren mal, ja? So. Prä? Präsenzwurf. Grammatik mag niemand. Boah, Grammatik damals in der Schule. Ich schwöre, ich hab so wenig... Ich glaube, ich war auch krank ein, zwei Tage. Alter, ich komm wieder und dann reden alle von irgendwelchen Plusquamperfekts und irgendwelchen Konjunktivs. Ich war so lost in diesem Game. Ich hab... Und ich hab überhaupt keine Ahnung, was das alles auf Wacken hat. Ich hab überhaupt no business im Deal. Absolutely no business im Deal. Hier, Leute. 22, 36. 22, 36. Wisst ihr, was lustig ist? 22, 36. 13. Das ist mein Durm, ey. 13. 13. 13. Das ist schon lustig. So. Ah, der wird knapp. Aber die kriegen die aber, Leute. Ich bin einfach der Krieger. Dachtet ihr, Krieger heißen Krieger, weil sie Dinge kriegen? Oder ist das Quatsch? Oder meint ihr, das ist Quatsch? Hier ist nochmal ein Wort, weil... Keine Ahnung, macht eigentlich gar keinen Sinn, weil das ist ein Poro. Kann man mehrere Poros haben? Die Frage ist halt, ob wir ihn nochmal töten können. Potenziell ja, aber hier wird gepinkt. Und wenn, da hat man hier auch nicht so viele zum Wegkommen, leider. Breh. Alter, ich hab den meisten Farmen im Game, Leute. Ich bin einfach insane. Ich möchte das mal kurz highlighten. Aber das müssen wir natürlich auch weiter halten. Das müssen wir einfach halten. Farmwurf. Ich nehm den Minion, okay, jetzt und jetzt machen wir... Wie ein Ninja, Leute. Jetzt, okay, jetzt ist natürlich... Ne, wir haben noch ein paar AP. Ich seh die Minions, ich nehm die Minions. Breh. Ich bin aber auch gleichzeitig ein Lord, muss man sagen. Ich bin einfach ein Turbo-Smurf. Ich glaub, ich sollte mich für LCE und ECE und ACE bewerben. Ich weiß es nicht. Er sagt es mir. So, die W da rein. Nehmen wir noch eine W. Und Bruder, ja, Minion, da unten. Aber das Ding ist, man muss halt nicht sagen, das ist wie bei Diät, Leute. Du nimmst nicht alles, sondern so viel wie möglich. Oder, ne, du musst nicht komplett auf alles verzichten. Also das Gegenteil von dir. Also bei Diät, sag nicht, hey, nie wieder Pizza, sondern sag, manchmal Pizza. Und ich sag, nicht alle Minions, sondern die meisten Minions. So. Bei ADAC könnte ich mich auch bewerben. Beim ADAC bewerben. So. Ähm, brauchen wir einen Black Cleaver? Ne, Black Cleaver ist was für Leute, die kein Damage machen. So. Eigentlich wären Schuhe first, aber cool für... Weil wer schnell läuft, der ist auch schnell da. Hallo, Herr Tole, war in einem wunderschönen Tag Ihnen. So. Leute, nochmal kurz. 58. Wisst ihr, was noch mit 8 endet? 28. So. Äh, weiter geht's. Zack. Cha-cha, welcome, welcome. So, die Frage ist... Ähm... Zack. Wo ist Melfight? Der hat ja keinen Teleport, oder? Wir können jetzt auch... Äh, also klar, wir würden Platten haben wollen, aber... Platten kriegt wahrscheinlich nur über seine Leiche. Sagt man Leiche zu kaputten Stein? Ich glaube, das ist sehr... Weiß ich nicht. Was sagt man, glaube ich, nicht, oder? Nur über seinen Steinhaufen. Frap. Nice, komm. Slow. Na, Minions. Oh, no, 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 no. Comping Verdehner, verliere ich drei Minions. Zufall. Wir könnten hier dabei... Eventuell der... Er bleibt aber ult. Wir könnten schon mal eine W-excelerieren. Wenn ich ihn jetzt... Eigentlich muss... Na, ich werde sterben. Er wird ult. Er weiß nicht. Ult, warum? Ja, okay. Oder so. Oh, das gibt jetzt richtig viele Platten. Sehr schön. War ein guter Dive. Er hatte aber, glaube ich, noch Ult. Er hatte noch Ult. Gute Arbeit. Carry the line. Ja, sehr gute Arbeit. Man kann zwar flamen, man muss aber auch sagen, sehr gute Arbeit. Wie ist das? Nur über sein Geröll. Nur über Melfights Geröll. Und guckt euch, Leute. Tower. Toplane. Taking. Talon. Tanktop. Not tanking. Building. Tobi. Sehr geil. Wir könnten jetzt gleichzeitig, ähm, eine, ein, ähm, man nennt es tatsächlich im Fachjargon einen Schadensausgleich machen. Und zwar die Midlane ganken. Quasi. Er hat uns gegankt, wir ganken Midlane. Ist natürlich mit einem Minion Loose zu verzeichnen. Oder wir töten einfach sie. Geht auch. Ne, ist okay. Kann man machen. Also, ähm, Spinnen mag ich nicht. Aber, ja, ne. So. Da machen wir Yomus. Ja. Sollen wir mal Schuhe machen für schneller, schneller? Ja, wir machen mal Mergurys. Mergurys sind gut. Mergurys sind gut, weil die haben echt viel AP und CC. Mergurys sind perfekt. Wer hier keine Mergurys baut, der heißt Leonor. Gut. Nun. Minions 77. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Kann man sagen, glaube ich. Klar, man hätte mehr haben können. Ne, jetzt wären aber du wie man bei Minute zwölf kannst du so viel haben. Ja, aber wir haben auch drei Kills und drei Platten. Ne. Und ich bin ja beim ADAC und deswegen hole ich mir die Leute mit den Platten. Na, das ist mein Job. Das ist mein Job. So, ähm. Guck mal, er wirft auch mit Reifen. Er ist halt der ADAC-Endgegner. Er wirft mit Reifen. Und ich muss die wieder dran schrauben. Hier. Schraubwurf. Schraubsprung. Ne, Schraubsprung wäre jetzt nicht gut. Wir müssen die Schuhe hier unten machen. Schuhe müssen immer hier unten. Außer, eigentlich müssen Schuhe immer hier. Außer ihr habt dann Active Item. Dann müssen die Schuhe immer da drunter direkt. Wir könnten jetzt halt roamen. Oder gehen wir für den Tower. Das weiß ich noch nicht. Ihn zu töten macht halt überhaupt keinen Sinn. Weil er 0,200 ist. Deswegen sage ich jetzt für dener Nein. Und wir gehen Mittlerhin töten. Guck mal, da sind fünf Platten. Fünf. Fünf sind da. Der kommt jetzt und stirbt. Da sehe ich mich. Report Lucian vor Afghaar. Wer hätte es gedacht? Ein ADAC-Arikel der Afghaar geht. Is he LMA-A? Ja, dann bin ich dabei. Fre. Fre. Ich mache richtig viel Tower. Dann ist das richtig geil. Richtig. Richtig geil. Shit. Oh Gott. Okay, shit. Aber wir könnten... Ich würde sagen, wir töten die jetzt einfach, oder? Ich meine, okay, ich bin fast tot, aber... You... Prä. Chico-Brä. 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 Ein bisschen Angst. Aber ich sehe die Platten. I see. Ähm... Ja, Michelin, wenn ich mir fällt. So. Ja, Leute. Ne? Ich weiß, dass nicht jeder auf Ramontic steht, aber Greenscreen steht für Ramontic. Ich meine, ist Lucian jetzt wirklich AFK? Ich glaube schon, ne? Ich meine, das sieht so gut aus. Das ist ein Ranked, ey. Das fühlt sich an wie... Wie ein Flex-Normal-Game. Oder wie ein TFT-Game. Oder sowas. Ja, wir lassen jetzt den... Ja, die Frage ist, lassen wir jetzt von unserem Fahrrad ab? Aktuell schon, weil, ne? Hier oben. Ich meine, das ist noch platt. Ne, ganz ehrlich. Ähm, ich sehe das hier. Und ich sehe aber den Value auf der Top-Lane. Ich sehe hier Minions. Ich sehe hier Türme. Ähm, nicht Kill-gesteuert. Sondern geil-gesteuert. Geld-gesteuert. Take-gesteuert. Hier. Wie geil, Leute. Also bei... Ne. Zack. Weh. Zack. Ich hätte ein Tiamat bauen. So, ich habe schon kein Tiamat mehr gespielt. Das ist nicht, wenn man mehr weiß, dass ich Tiamat baue. Jetzt machen wir das Ding weg. Gebt richtig viel Cash. Cash. Up in my Tash. Bre. Einfach bre. Bre, bre, bre. Iceborne first. Sehr stark. Auf Malfight. Kapper. Ne, also schlecht ist es nicht. Aber Leute, ihr wollt immer HP und Armor kaufen. Ne? Nur eins ist immer so... Ich weiß nicht. Das ist so, als wenn du eine Glasscheibe mit einer Sondermütze drauf hast. Da muss... Ne, da muss eine richtige Umwandlung drum. Wir vom ADAC können da tatsächlich helfen. Und, äh, bei... Ne, nur so ein kleiner Steinschlag in der Scheibe. Kann dafür führen, dass eine Scheibe bricht. Aber... Klarglas, klebariert und tauscht auch aus. Pizza Krieger. Hallo Sir. Ähm, vielen Dank. Pizza Krieger. Ich hab auch ne Pizza zuhause im Ofen. Also, äh, im... Im Ding hier. Wie heißt das? Ähm, äh... Alter, was passiert mit dem? Hallo Sir. Tank Design oder was? Ähm, im Kühlschrank. Dankeschön. Pizza Krieger. Guck mal, er hat richtig Bock auf mich. Er hat richtig Lust. Er will mir einen Steinschlag, Mann. Melfight. Der Michelin-Mann aus Stein. Möchte Stein... Äh, es sind so viele Dinge hier. Das ist echt harsch. Aber der Tablet ist jetzt fertig. Danke, die Pizza Krieger. Vielen Dank. Für Sie extra. Und nur für Sie. Das spanische Orange T-Symbol. Mit diesem T-Symbol kommt sie in jeden Club. Sie müssen das nur vorzeigen und sagen, Hey, hier. Ich gehöre zum Spanien Orange Club. Und dann sagen die, Ja, ach, cool. Kannst rein und gerne doch. Das ist gleich so. Und du kannst an jeder Schlange vorbei. Auch an der Einkaufstheke. An der, ähm... Theke Theke. Trinktheke. Überall. Egal, wo du willst. Einfach sagen, hier. Sag vom Orange Club. Und zack, bist du drin. Na? Viel Spaß damit. Viel, viel Spaß damit. Ja, das war ein schönes Game. Schön, 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 schön. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Einfach gesmurft. Ich würde, ich würde mir für dieses Game 22 LP geben. 22. Aber ich glaube, man muss erst ein bisschen rippen mittlerweile. Aber ich sag 22. Mach mal 22. Mach mal 21. Ja, 21 haben wir jetzt Platino 1 97. Das ist okay. Geht besser, aber bei 14, 47. Guck mal, wir haben sogar Form Surrender beendet. Kann man das machen. Das ist okay. Das ist echt okay.